Umso unbegreiflicher bleibt es mir, warum, und das ist eigentlich mein persönlich größter Schmerz, warum große Teile des organisierten deutschen Naturschützes beim Thema Windkraft beinahe widerschaftslos eingeknickt sind, statt ihr gewichtiges Wort mit in die Wachschalen zu werfen, wie es Gott sei Dank hier in der WM-Kreisgruppe Tirschenreuth-Wunsiedel tapfer und effizient geschieht. Der Kreisgruppenführer, und ich will ihn wirklich namentlich nennen, Herr Paulus, Karl Paulus, und der WM-Vorsitzende Josef Siller, unterscheiden sich wohl, ja fast heldenhaft, von den vielen Mainstream-Naturschützern des BUND und dessen Bundesvorsitzenden Professor Hubert Weiger. Warum hier nicht klar und entschlossen von Naturschützern naturgeschützt wird und Position bezogen wird, wird mir immer unbegreiflich bleiben und als ein Dolch im Herz und Rücken stecken. Die Argumente sind hier manchmal selbst bei bestem Willen nicht mehr nachvollziehbar. Da veröffentlicht zum Beispiel der BUND in Baden-Württemberg auf seiner Homepage Argumente für Argumente für Windenergie, welche da lauten, ich darf wieder zitieren, Land-BUND zitiere ich jetzt, Landschaftsschutz kann nur ein Unterargument sein. Schon immer prägte der Mensch massiv seine Umwelt, schon immer, also immer. Straßen, Gewerbegebiete, schon immer. Großkraftwerke, schon immer. Funkmasken, schon immer. Skipisten, schon immer. Strohmmasken, schon immer. Und jetzt Ritterburgen oder Aufsichtstürme. Sind landschaftsprägende Elemente, wörtlich BUND. Es liegt also in der Natur der Sache, alles noch Zitat, dass windkünstige Standorte teilweise an besonders exponierten Stellen liegen. Halten Sie sich fest, ökonomisch und ökologisch macht es Sinn, an diesen Stellen genau dort Windräder zu errichten. Ende des Zitates und meine bescheidene Frage. Wenn es also ökologisch tatsächlich Sinn macht, Vögel und Fledermäuse zu zig und Hunderttausenden zu töten, dürfen wegen mir Grundvertreter so gewonnenen Strom getrost wieder als Ökostrom bezeichnen. Aber nur diese verblenden Technikumwärtsschützer. Nochmal, wie bitte? Großkraftwerke, Funkmasken, Masten, Skipisten wären also plötzlich nur noch landschaftsprägende Elemente. Ein harmloser Aussichtsturm und eine harmonisch in die Landschaft eingepasste Burg wären dasselbe, laut BUND, wie eine Horde 200 Meter hoher, rotierender Monster. Und wenn mir nun gar von Naturschutzseite erklärt wird, eine der Kernregionen Deutschlands, nämlich der Odenwald, sei ab Theorie nicht schützenswert, soweit es nicht um bedrohte Tier- und Pflanzenarten geht, stockt jedenfalls mir für einen Moment an. Und ich frage mich, was um Himmels Willen ist hier aus dem Begriff Natur geworden, der doch eigentlich das Ganze und nicht nur das mikroskopische Detail im Blick haben sollte. Und meine Damen und Herren, ich bin in meinem Herzen mit den Politikern letztlich gnädiger, weil sie wissen oft wirklich nicht, was auf sie zukommt. Da weiß ich, wovon ich rede. Mein Vater war Politiker und einer meiner vielen Söhne. Aber Natur- und Umweltschützer. Wir haben 55 Jahre zusammen, also ich 45, aber die, die da reden, zusammen mit Geld, um genau das, was wir jetzt wieder zerstören. Ist es nur die resignierte Wahl des kleineren Übels gegenüber der Kernwacht, was die Umweltschützer belegt? Aber dann würden doch die jeweiligen Verbandssprecher nicht so enthusiastisch forsch auftreten. Dann wären die Internetauftritte nicht so demonstrativ mit Windrädern dekoriert. Dann gäbe es nicht Werbebroschüren wie die, Anführungszeichen, Position für einen natur- und umweltverträglichen Ausbau der Windenergie, in der es wörtlich heißt vom BUND, außerhalb von entsprechend festgelegten Schutzzonen, also Natur- und Vogelschutzgebieten und Nationalparks, hält der BUND den Bau von Windenergieanlagen für zulässig, gegebenenfalls nach einer Einzelprüfung in Landschaftsschutzgebieten und die Naturbarken in Waldgebieten, wenn außerhalb der Wälder keine ausreichenden, verträglichen Standorte stehen. Im Augenblick wird mit dem Segen des BUND zum Beispiel die hinweisend schöne Fränkische Schweiz ruiniert. So also pervertiert Naturschutz in seinem Gegenteil. Und damit, Herr Pratja, beantworte ich Ihnen Ihre Frage, warum ich aus dem BUND, es ist mir so schwer gefallen, ich habe ihn mitgewöhnt, ich halte meine Heimat, warum ich ausgetreten bin. Oder, meine Damen und Herren, geht es auch hier letztendlich nur älter und fröhlich und fremdlich. Der ungebremste Enthusiasmus jedenfalls ist sonst nur schwer verständlich. Denn in der schieren Zahl der Windanlagen sind wir mittlerweile längst über dem Säule. Nach einer Recherche des Sternen werden von den derzeit knapp 22.700 Windrädern in Deutschland bis zum Jahr 2030 voraussichtlich nur noch 15.000 funktionieren. Warum? Weil es in den nächsten zwei Jahrzehnten vor allem gilt, die teilweise völlig veralteten Mühlen mit neuen, besseren Generatoren auszustatten. Nicht auszudenken, wie einmal ein Mühlenmüll unser Land schmückt bei allen wunderbaren Vorgaben, wie die zurückgebaut werden sollen. Womit wir bei einem letzten Schlüsselthema wären. Da sind in den letzten 60 Jahren der Debatte kaum je eine wirklich signifikante Rolle spielte zu unserem Umweltschutzschmerz. Und dass erst die Ereignisse der letzten Wochen in die Hauptschlagzeilen spielten, nämlich die Energieeinstammung. Wissen Sie es noch? Im Juni 2011 versprach unsere Bundeskanzlerin eine bevorstehende Senkung der Strompreise und versicherte im gleichen Atemzug die EEG-Umlage, also der Verbraucherbeitrag zur Energiewende im Rahmen des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes, sei in einer Höhe mit 3,59 Cent pro Kilowattstunde verbindlich festgestellt. In der ersten Oktoberwoche 2012 sickerte nun aber durch, die deutschen Netzbetreiber wollten ganz im Gegenteil die Umlage auf rund 5,3 Cent pro Kilowattstunde erhöhen. Notabene eben genau jene Konzerne, denen ein ökologisch sinnvoller Umbau der Netze bislang eher schnuppelbar und die zur Energiewende vorwiegend kontraproduktive Beispiele erbracht hat. Und zugleich, Sie erinnern sich, brach hektig auch. Noch am selben Tag meldete sich Umweltminister Peter Altmaier mit der zu herzengehenden Äußerung, er selber habe gerade bei sich zu Hause zwei alte Kühlschränke entsorgt und damit wohl die Energiebelastentscheidung. Dem folgte nach dem üblichen Koalitionskracht noch die wahrhaft bahnprächte Idee, man könne gegebenenfalls Langzeitarbeitslose zu Energieberatern umschulen lassen, die in die Regionen ausschwärmen und den Menschen erklären sollen, dass sie mit neuen energiesparenden Geräten sowie einem Verzicht auf Stand-by-Schaltungen bis zu 30% Energie einsparen und damit natürlich zu Recht ihre Strombilanz fast märchenhaft optimieren können. Meine Damen und Herren, welch ein bahnbrechender Erkenntnis zugewinn und zu welcher Zeit? Ein fallendes Leben lang gehe ich vergleichsweise fruchtlos mit diesem Thema hausieren und zwar bei allen Parteien. Und nun also reicht ein kleiner Griff der Großkonzerne in unser aller Bildbeutel, um eine Art Staatsziel daraus zu machen. Wer das in den Konsequenzen durchdenkt, muss eigentlich verzweifeln. Und es macht, Entschuldigung, Entschuldigung, man hätte schon lange, und wir haben das immer propagiert, Herr Reiß, das müssen Sie zugeben, mit einem Stand-by-Verbot könnten wir auf zwei Atomkraftwerke verzichten. Lassen Sie mich nicht ausrechnen, wieviel zigtausend Windräder wir uns sparen. Das geht auch Sie an. Überprüfen Sie mal, was Sie tun. Das müssen wir auch, wenn wir das Maul aufreißen. Und ist es denn bereit, ist es denn bereit im Ausverkauf unserer Heimatwert? Das ist die Frage. Ich sage Ihnen das jetzt aus dem Hut. Wir haben heute darüber gesprochen, weil es immer heißt ja, was macht denn dieser Gutenberg zum Beispiel? Ich fahre, seit es Gasautos gibt, lasse ich alle meine Autos, die ich fahre, oder meine Familie, auf Gas eben umbauen. Und wie mein Sohn in der Bundesregierung war, habe ich ihn gefragt, warum fahrt ihr nicht Gas auf? Gut, es ist zu mühsam. Ja, so kommen wir nicht weiter. Und meine Damen und Herren, das frage ich Sie jetzt auch. Ich frage Sie, fahren Sie in Urlaub mit dem Flugzeug? Meine Frau steigt mir mal auf die Füße. Ich tue es nicht. Beruflich schon. Bitte, ich könnte jetzt weiter, weiter, weiter machen. Sie müssen auch. nur den Mund aufreißen, genügt nicht. Ennoch, ich verzweifle, noch glaube ich, dass Bürgerwille in diesem Land etwas bewegen kann. Dieser Abend hier ist ein großer, schlagender, schöner Beweis. Und es macht Mut, Sie, den mutigen, wirklich mutigen, staatlichen Forstabwahn, Johannes Bratka und ihre Mitstreiter, kennengelernt zu haben. Und vor Ihnen, meine Damen und Herren, sprechen zu dürfen, macht auch Mut. Eines muss grundsätzlich und unverbrüchend klar sein. Heimat darf man nicht nach Nutzflächen bemessen, sondern nach dem, was Heimat für unser Lebensgefühl, unsere soziale Bindung, unsere Herkunft, unsere Geschichte und Kultur und damit unser ganzes Selbst bedeutet. Damit, meine Damen und Herren, bin ich mit meinen Ausführungen am Ende angelangt, will aber noch einmal mit allem mir zur Verfügung stellen, herrschen. Mit aller in mir wohnenden Liebe zu unserem Land, den politischen Mandats- und Entscheidungsträgern, den Großen wie den Kleinen, zurufen. Verwandeln Sie wieder privilegierte Bauvorhaben zurück in noch privilegiertere Schutzvorhaben. Öffnen Sie Ihre Herzen und Augen wieder für Ihre Herkunft, für Ihre Heimat, unsere Heimat. Die soziale ist, die so viele geschichtliche Katastrophen ausgehalten und überlebt hat. Aber mit diesen Fehlentscheidungen zugrunde gehen wir. Ich danke Ihnen. Applaus und ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.